Warum ich das neue Smint Xylikair jedem Kaugummi oder Bonbon vorziehe? Weil ich auf unglaubliche, frische und gesunde Zähne stehe. Smint Xylikair hat eine zweifach höhere Xylit-Konzentration als Kaugummi, aber keinen Zucker wie gewöhnliche Bonbons. Das Beste aus Kaugummi und Bonbon in einem. Smint Xylikair – die unglaubliche Pastille für Frische und Kariesschutz.